Bundestagswahl 2017 wählt Die Linke Autor D. Selzer-Mackenzie Morgen am 24.09.2017 ist Bundestagswahl und ich empfehle, Die Linke zu wählen, weil das meines Erachtens die einzig vernünftige Alternative ist Die Linke will sich für die soziale Gerechtigkeit einsetzen, nämlich eine feste ordentliche Rente, Verbot der Leiharbeit und Zeitarbeit und das sind die wesentlichsten Punkte der Sorgen der Bürger Die Leiharbeit und auch die Zeitarbeit sind verfassungswidrig und volkswirtschaftlich total schädlich und muss sofort verboten werden Hier ist Die Linke die einzigste Partei, die ein anständiges Konzept hat Das große Problem ist aber die Altersversorgung und die Altersarmut In den nächsten Jahren werden massenweise Bürger, die ihr Leben lang gearbeitet haben in die Altersarmut stürzen, weil die Rente nicht zum Leben reichen wird Deshalb ist es dringend erforderlich, dass hier eine generale Reform stattfindet und da sehe auch ich nur das sogenannte Bürgergeld von etwa 1200 Euro im Monat Das muss sich dieser Staat leisten können und kann es auch Somit ist es also dringend erforderlich, dass die Leiharbeit verboten wird und ein Bürgergeld kommt Immer mehr Bürger in Deutschland werden in die Leiharbeit gestürzt und bekommen nachher nur eine geringe Rente Das kann es nicht sein Die CDU und auch die SPD sind nicht wählbar Mehrere Legislaturperioden haben diese beiden Parteien regiert und alles schleifen lassen, sodass es heute zu dem Debakel gekommen ist Deutschland wird in den 2020 bis 2030er Jahren die Folgen dieser falschen Politik deutlich zu spüren bekommen und dann ist es zu spät Auch die FDP ist nicht wählbar, die propagieren zwar eine Bildungsreform, haben aber auch das bisherige Desaster zu verschulden, weil sie oft genug in einer Koalitionsregierung waren und nichts, aber auch gar nichts getan haben Im Grunde genommen sind das alles von der CDU, SPD und FDP nur Wahlversprechen, die vor der Wahl gemacht werden und nichts wurde gehalten Es muss endlich mal eine Partei mitregieren, die es ernst meint und die Nöte der Bürger ernst nimmt und dazu ist als einzigste Partei Die Linke geeignet Ich bin selbst jahrelanges Mitglied der CDU-CSU, habe für meine Partei aber nur noch Verachtung, weil diese Partei CDU-CSU nichts, aber auch gar nichts für den Bürger in den letzten 15 Jahren getan hat Es muss dringend eine Wende her Deshalb wählen Sie Die Linke